oh mein gott ok hi herzlich willkommen so weiter geht's jetzt kann ich endlich endlich darf ich reden ja also wir sind hier jetzt zu zweit denn man kann dieses spieler zu zweit spielen ich finde es super dass wir unten noch mal übersetzen was da steht ja ja nein nein ich habe die frage eingeblendet lassen ja was denn ja spiel hat auch vorgeschlagen so hey das ist weit spielen so deshalb läuft es funktionieren ja ich hoffe ja ja ich glaube ich warte mal ganz wichtig ist schon ja sonst die übernachrichtungen abschicken ganz ganz wichtig sonst gibt es hier noch scam dann kriegt mein handy einfach beigetreten musste nicht erst irgendwie was machen genau das war es gibt bei operation ravierweite wir haben axel forst als was er wissen muss frau war und jetzt geht es halt irgendwie okay das habe ich keine ahnung von der steuerung aber ich denke mal schließen das ja also in meinem fall b aber meinst du wiesepa steuerung über die dürfte es ja dann anders sein ja mal kurz gucken wobei b ist generell so sinnvoll das ist ja so ein abzug ich denke mal das mir aber es wäre ganz cool und wieder zwei genau so ist messer fassung b schon schießen ja okay status pause wenn du mal sehen und du kraut benutzt es plus das auch du hast du hast du rektraut benutzen noch plus das ja nicht nur gleiches menü soll sich kann das ich kann das ja gut z messer erfahrung ist das was ich dann benutzen bei mir ist das bei mir ist es aber aber es war was an der als kannst du auch benutzen und mit sie nicht angezeigt und steuerkreuz müssen die waffen wechseln können sie status oder mit dem also ich mache ich kann den stick und mit dem steuerkreuz ist der stick so ein bisschen angelesen also starten sollte auch mir noch so ein seo messer also eigentlich brauchst du den anschaut gar nicht so trotzdem lohne halt wollen dann schon nicht so spannend irgendwas ja ich kann auch mit plus koppel genau du auch jetzt scheiße dran und du kannst die art hast du dich benutzen ist die blockiert bei dir eigentlich nicht naja gut ich werde auch mal was erreichbar wird aber mit dem selber spielen damit es erstmal überhaupt mit dem spiel klar kommen nachher ja ich sag es einfach mal wir haben vorhin so ein bisschen spiel aufgenommen und da ist die konsole wie oft abgestürzt meine hoffnung ist das einfach daran liegt dass das spiel komische probleme damit hat wenn die batterie eines feld der vermindung alle wird von zwei spieler modus dann gucken wir mal operation javier jetzt musst du erst mal hier deine waffen hier raussehen hilfe wir haben auch raketenwerfer genau die gleichen waffen nehmen so eine handgranaten ja und du nutzt die handgranaten zu wenig nehme ich die mal also wenn es abgestürzt ist es so nicht nur irgendwie weiß ich nicht ja noch hängen du lieber fall richtig und du musst was anderes sagen als du nehmen ist das ja steuerkreuz wird daher angesagt ich komme gar nichts rechts in die ecke weil ein geiles bein im weg ist was denn anfassen muss das nicht so einfach wie du wirst oder nicht schlafen will dann nicht ich habe Krauser alles über das Raccoon-City-Incident er hat nur kurz gehört aber die Situation in der Stadt war anders als Raccoon es gab die O.W. unter den resten kontrollierten was da passiert wir haben unseren Weg nach Javier Hidalgo Machen 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 Sie sind so wieder heib aus dem Bild sitzen Sie sind so Ja, der wird hier auch mal bei mir Ja, mir ist ein Mädchen Der von Javier? Die Leute in der Stadt? Was ist mit ihnen passiert? Sie sind alle sterben. Wir sind hier auf eine Mission. Wir suchen einen Amerikaner, der mit Javier über ein Virus verabschiedet hat. Wir brauchen Javier. Und wir wünschen, dass du uns an Amparo gehst. Ich liege Capcom vor. So, das ist Javier? Ja. Ich schaue da. Fack, wir müssen spielen. Hilfe! Direkt erst mal Spray. Wo ist dein Pointer? Oh Gott. Schütteln ist jetzt bei mir aber ganz schnell hier, wenn der wohl geht. Ich habe Pause gedrückt, das ist sehr gut. Ja. B ist aber auch A-Messer oder A. Ich habe A-Messer, das ist angenehmer. Ich brauche den Landschuh gar nicht. Ich schon. Kann ich jetzt auch auf A eigentlich machen. Ne, ich kann auf A nichts machen. Du.. Du kannst schießen und ich nicht. Hm? Du kannst schießen und ich nicht. Kann ich schießen? Ne, ist ja gerade ausgewählt. So weit ich da bin. Ja, okay. Aufhielmesson mit A? Hm. In meinem Fall Z. Steht dann aber auch drüber. Ja, das ist okay. Ne, bei A? Keine Ahnung. Hilfe. Ausgeklangst. Ich bin blau, warte ich bin blau. Au! Bin ich! Weg vom Bildschirm. Klasse. Das wird doch lustig heute. Ist ja schwierig, ne? Einstellung, ja? Hey, Kamera! Nee, nicht! Das ist so schlimm. Das ist zu mir verschwendet. Manuela! Wie hast du es über diese Dinge gemacht? Was meinst du? Es ist nur das. Komm schon, Kind, answer die Frage. Ich weiß nicht, ich habe keine gesehen, als ich hier nachher kam. Das ist gut zu wissen. Warum willst du so gut finden? Darf ich nicht anders denken. Was ist dann wirklich passiert? Äh... Das ist die gleiche Anspannung, die ich die ganze Zeit bei... ähm... Wo ich in Zukunft hatte. Ich darf nichts machen, glaube ich. Ich meine, ich bin ja da. Ja. Interessant, das ist so ein bisschen so... Ja, eigentlich... So, wie nennt man das? Dass ich wirklich retten muss, so. Ja, dass ich auch mal kurz an die schießen kann, weil da was passiert. Und dann... Ich denke mal, wer was aufnimmt, ist scheißegal. Wir kriegen trotzdem wahrscheinlich beide. Fuck. Problem. Sehr gut. Ich bin ja da. Ich bin ja da. Bauarbeiter. Auf dem Brot. Ich bin ja da. Oh, ich bin ja da. Ich bin ja da. Ich bin ja da. Ich bin ja da. Okay. Ich habe es gelernt, als ich A-Ränge versucht habe zu holen. Da habe ich gelernt, wie man Kopfschritte macht. Kannst du doch auch nicht. Komm, die sind immer ein bisschen auf die Stirn zielen. Setzen die weg. Na, weil nämlich wie die Kamera immer so permanent komplett durchdreht. Mhm. Ist mir nicht so leid. Ich muss mich noch nicht übergeben. Da bin ich recht begeistert worden. Kommt da jemand rein oder was ist hier los? Da rätzt er wahrscheinlich auf. Der letzte Realfilm orientiert. Die Kamera? Mhm. Ich muss mich auch permanent rumzappeln die ganze Zeit. Ey, wo sei... Da bin ich im letzten Teil, glaube ich, geiler wie das da war. Verstehe ich das wieder so. Ja, verstehe ich. Ja, verstehe ich. Wettgerückleiten und dann schieben. Ich bin gut. Im Herz klopft. Hm. Weil ich Schaden habe im Kopf. Teilen wir uns die Munition? Ich glaube ja. Ja. Es ist so fair so, ne? Ja. Ich glaube ja. Ich glaube ja, das ist gut. Seid tot. Ich bin halt, ey. War gar nicht schlecht. Ich komme halt, ja, es ist immer noch Stil, ne. Ja, es ist halt auch echt ungerlich und eklig. Ich war zu doof den letzten Tag noch mal durchzupehlen, also. Ich habe den Markt rum. Alter. Dreckig. Jetzt geht es aber los hier. Na, ey, Kamera. Ha, ha, ha. Schade. Boah. Tiefe. Redet euch nochmal um. Über Geld, ihr habt es gesehen. Na gut. Oh mein Gott. Ich lass dir mal die Strohmunition ein bisschen über. Ich kann mal alles nachladen. So, what, what did Javier? Hä? Nothing. Forget it. Oh, dann geht's nicht. Ah, la, la. Okay, Ausstattung ist okay. Ah. Dann wird's laut, wenn das passiert. Hallo, benutzt einfach keine Kopfhörer, wenn ihr... Weil ihr müsst unterwegs sein. Dankeschön. Ich kann Atmen nachladen. Hm. Nein. Das ist alles neu hier. Ist nicht laut. Ja, komm rund. Ja. 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 Ich weiß nicht. Ich bin da woanders gerade. Ich bin oben geblieben oder so. Ich bin hier. Arschloch. Von der Kamera? Ja. Ich würde gerne mal da rechts irgendwo nacken Kraut. Sehr gerne mitnehmen. Ja. Ja. Sehr gut. Ja. Damit glaube ich gerade zwei Kräuter. Mein Spur hier soweit ich informiert bin noch. Hm. Ja. Auf jeden Fall. Felix Feder. Ja. 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 Ja, ich bin direkt hier oben. Ja. Kann nicht mal. Ja. Ja. Schuss! Abstoßen ist alles gut. Ah, Quash, wenn wir Schattenwende sind, wird sie künden. Ah, das ist klar. Weil ihr seht, was wir haben bekommen, bloß. Ich kann nicht sagen, was ich sagen wollte. Tipp, legt nicht in Quash. Und ladet euch und... Da soll die Batterien nicht leerlaufen. Und das spielt nicht. Später für Playstation. Weil ich hab da auf der Wii gespielt. Ich hab da auf der Wii gespielt. Wie singt? Was war los? Kein Proser. Oh, die mutiert. Bist du okay? Oh Gott, du bist okay. Ich bin sehr entschuldig. Ich habe Angst. Und ich... 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 Weil du keine Kinder haben bekommen wirst. Ich... Ich bin vielleicht doch... Leute... Ich bin einfach... Ich bin sicher im Tark, meine Mutter singt mit mir. Ich singe auf der Kirche, oder? Ich... Es ist nicht sicher hier. Wir müssen weitergehen. Hier kam die Ingame-Moderung aus Kontrolle. Hm? Ich glaube Ingame. Ich glaube Ingame. Was? Hey! Javier hat eine Daughter? Das ist nicht wichtig, jetzt gehen wir nach ihr. Ich hab auch nicht so weit verstanden. Hahaha. Also nach vorne gehen kann ich nicht. Warte mal, ich habe auch noch eine geschmärte Schmerz. Hahaha. Ich meine, wo ist man da? Javier! Manuela, all of these I've done for you, you need only to follow my directions for 15 years, this will prevent the transformation, please my dear, you must be patient, the man who gave us the veronica virus told me you will work, the veronica virus? These Americans cannot save you, my dear, only I, your father, can help you now. Manuela Neuer! Manuela! Manuela Neuer! 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 Wolle ich? Ja. Die Plus. 4 Plus. Was ist eigentlich noch mal eine Stoppwirkung? Eigentlich ist es so ein Rückstoß, oder? Genau, Rückstoß, ja. Aber das checke ich in dem Spiel sowieso nicht. Es existiert ja eigentlich kaum, oder? Na. Ich schwöre mich irgendwie. Naja. 3.000 Euro. Spiel auch leicht, da kann hier nichts passieren, ganz ehrlich. Tja. Schade. Enden wir doch mal die erste Folge, würde ich sagen. Ja, perfekt so, ne? Meinst du, geht's in der nächsten Folge, wo dann weiter mit der Rückblenden zu? Na ja, Rot-Veronica X, oder? Das Spiel ist nicht abgeschlossen. Dankeschön, wirst du schon? Ja. Die ist eigentlich heute nicht gut genug. Tschüss.